Jetzt hat es funktioniert. Fünf junge Damen, fünf Frauen hier unterwegs auf den 300 Meter Hürden. Und genau, da fangen wir schon mal an beim Volksbank-Reutlingen-Plakat. Jetzt gehen wir alle mit. Ich glaube, jetzt sind wir so richtig drin. Mit der Stimmung auch, die wollen wir heute beibehalten. Julia Gertas vorne und Lisa-Marie Petkoff. Kommt dann Jamila Bühem, A.T. Düsseldorf. Ah, das wird eine enge Kiste. Böhm, Gerta, Petkoff. Schauen wir mal rüber. Jetzt ganz innen, Petkoff vorne. Lisa-Marie Petkoff hat das bessere Ende für sich. Letzte Hürde. Und da tankt sie sich durch. Und sie gewinnt das Ding. Und die Zeit reichen wir nach. Und wir gehen über zur Bang-Bini-Stapel-Uni in einen Park. Und da hat sich schon wieder in den Park. Und das ist ganz wichtig. Sie können hier mal aufstehen.